Leute, was für ein geiler Scheiß. Ich habe hier mal am Wochenende ein bisschen Traffic auf ein Testimonial-Video von mir, von Michael Rall, Softwareentwickler.net-Experte aus Freiburg, geschaltet. Und zwar, in diesem Video war ich überhaupt nicht vorhanden, sondern nur mein Kunde und dessen Meinung über mich. Ich habe hier mal so 20, 25 Euro Budget inhaltlich insgesamt und das habe ich dann gesplittestet zwischen diesem Video und noch ein paar weiteren. Und dieses Video war der absolute Gewinner mit einer Watchtime. Und jetzt halte ich fest von 69,6%. Das bedeutet, insgesamt gab es 2.774 Aufrufe, also 2.774 Viewer. Ja, die 69, also quasi mehr oder weniger 2 Drittel, knapp 2 Drittel dieser 2.774 Leute haben für, also ich habe, sagen wir mal da vielleicht. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.